hui das war knapp gerade rechtzeitig noch zum letzten drehen ist tatsächlich noch backel gekommen und da gucken wir mal was drin ist ihr merkt mich hat es auch richtig erwischt ich hab den rotz wie Sau naja ich hab mir jetzt meine Nasenspray reingepfiffen sonst droppt die Nase die ganze Zeit hoffe ich dass ich mal die zwei minuten hier durchhalte einmal dillig einmal auhagen und zweimal saxonia so saxonia ist jetzt was ganz neues gab es zwar schon einmal die alten biker aber die haben die wahrscheinlich nicht so überzeugt jedenfalls mich nicht aber jetzt kommen ja die kesselwagen und da bin ich immer gespannt wie die jetzt erscheinen ja wunderbar und wie gesagt auhagen das ist hier der Lader der T172 lange gewünscht lange gesucht einscher Wermutstropfen es ist ein Bausatz und ich hab von Kümpeln gehört das ist ein Gefimmel da freue ich mich jetzt schon bei naja da wurde der ganze stil erstmal liegen da habe ich jetzt keine nerven dafür gut dann packen wir das mal aus und dann gucken wir mal wie es sieht ja so ein neuer hersteller ist man natürlich auch neugierig wie das so verpackt ist und da sieht man hier eine schöne große pilaste schüssel wo ich auch bergen drin liegt naja die verpackungsgröße wurde ja schon wieder angemeckert import aber da geht man ja mit davon aus die verkaufen ja mehr oder weniger immer dreier setzt da passen dann drei hier rein und warum soll man da dann extra noch eine schachtel herstellen das fände ich genau so geschaut mir war es allerdings lieber gewesen die hätten die einsätze so gehabt dass man dann hier drei wohnen basteln kann da hätten wir schon mal zwei verpackungen dann eingespart weil ich mal nur einzelwagen kaufen ja das noch mal so als anregung so ich zeige ich stelle mal hier so öfter hand ist nämlich auch erstens besseres licht zu wenigstens kann ich das ja näher ran nehme als wie auf der anlage da kann man vielleicht die einzelheiten sogar besser sehen also mir gefällt er gut gemeckert wurde hier über die durchbrüche daher das müsste eigentlich durch gebrochen sein beim vorbetrieb stört es nicht und dann vergleichen wir den auch mal mit den dillig waren also mir gefällt er und die nummer zwei im bunde ist die ganze sache in grau wie jeder weiß hat es ja die gelben minolwagen nie gegeben deswegen die sache in grau so waren die schon eher bei der reisbahn im einsatz und aus dem hause dillig kommt der wagen in epoch 3 und diesmal jetzt hier mit dem eingesetzten so schild das ist also das erste mal naja und dieser wagen kommt auch mit in meine sammlung zu guter letzt ein taxi warburg ja weil ein taxi fällt man noch auf der anlage wenn wir uns das immer so ich stück mal alles vorbestellen und dann dauert das manchmal ewig das kommt und schön ist das denn das alles zusammengepackt wird und nicht jeder misst einzeln kommt da spart man versandkosten zu jeder nacht und tageszeit minolpirol ist stets bereit heute ist die werbung programm der minolzug mit zwei goldbräulern wird jetzt durch den neuen wagen vervollständigt und damit ist auch schon gesagt dass heute goldbräulerzeit ist und weil ja die anderen zwei wagen in der epoche 3 sind switch da drüben noch eine v60 hin und hier hüben haben wir dreimal eine 106 so zweimal von pico und dann kommt nur eine von tillig so und jetzt kann man ja mal den vergleichen den deutsch jetzt von saxonia modell und den urtingen von tillig es fällt auf dass der tillig wagen ich drehe die mal noch rum dass die gleich sind so gleiche seite und ja wie gesagt der kessel von dem tillig wagen da ist höher und dicker auch wir sind ja auch zwei verschiedene wagen und so genau erkenne ich mich da ist mir gefällt der neue wagen jedenfalls gut und der wort sich auch der eine oder andere noch einfinden so jetzt habe ich ein bisschen probleme mit den küppeln so ich habe ein bisschen schwierigkeiten mit den küppeln die hagen nicht richtig ein hier bei den der anderen zeit ging es gar nicht hier das ist das haupt immer wieder aus das ist durch und wie bei den grauen hat das funktioniert aber hier bei den manuel wagen naja kupplung habe ich den klick noch genug da aber hier das ist nicht so wie sein so ja das kuppelt nicht kuppelt nicht zusammen die schiebt nicht ineinander und wie bereits angedeutet kommt jetzt noch dafür die goldbräumer das ist der von tillig und er hat einen bauzug hinten dran da fehlt mir auch noch ein wagen den ich vorbestellt hatte von büsch da wurde zwar auch schon ausgeliefert aber mein händler hat wahrscheinlich zu wenige bekommen also ich habe jedenfalls keinen abgekriegt das sollte noch der öffene wagen ran mit den transportgüter naja so geht es einmal los hier mit dem ganzen sprit sehen ob das zusammenbleibt mit den komischen küppelungen jetzt muss ich es gleich noch wechseln so und hier drüben der bohrer 3 fall 60 macht irgendwas so 's so 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 Ja, ein ganz schönes Räumer-Geschwarb heute. Läumer-Geschwarb 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 Läumer-Geschwarb